so und folge 6 von episode 3 von doomsday edit episode 3 das war klar leck mich doch am Arsch was was die knister schon gar nicht da drunter oder ja komm jetzt hä oh lol ok achso das sind kein netz ja ok wow ist natürlich wow ah das war auch nicht intelligent so da ist ein secret interessant aber noch nicht so ich will einfach noch da perfekt bitte was ja komm jetzt hier weg 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 alle weg alle weg ja das ist eine gelbe tür hier ist auch eine gelbe tür das hier nehme ich mir noch nicht hier will ich eigentlich gar nicht hin ich hasse die map jetzt schon weil ich hier nichts sehe ach die ist überall so dunkel gott gott verfluchte hier ist eine gelbe tür ok oh die map scheint gar schon klein zu sein ah ne die auch geht doch geht hier ist ein hier ist ein hier ist ein hier ist ja hier ist ein hier organisation hier ist es hier ist ja hier ist hier ist hier ist hier ist hier ist Was ist das? Oh! Oh, der darf ich fü- Das war's. WDR mediagroup GmbH im Auftrag des WDR bin ich jetzt blöd oder die waffe sie die waffe sie sich so extrem klein aus was geht ja gar nicht weil ich schon immer so klein wie aus wie so spielzeug oh 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 Gott! Was haben wir jetzt? Oh, ich hab jetzt von da. Ich seh ein Scheiß. Seid ihr nicht euer Ernst? Alter, muss ich hier noch der Kato spielen? Das ist ein Secret. Oh, doch nicht. Ach, da oben ist ein Secret. Leck mich. Gut, das bringt ja schon mal nichts. Hier war... Wow. Ach, leck mich doch. Ah, schon meine Hand. Oh, Alter, ich sehe überhaupt nichts. Wo bin ich hier? Ach, man kriegt da hier gar keinen Schaden. Äh, da will ich nicht hin. Okay. Das ist eine gute Karte. Wow. Was? Okay. Oh. Backpack. Oha. Alter, man sieht hier echt ein Scheiß. Wie komme ich da rauf? Ja. So. Wir haben... mehr als die Hälfte der Gegner... Da oben geht's drauf. Okay. Okay. Ach, scheiße. Wollt ihr mich ficken? Wollt ihr mich ficken? Wollt ihr mich ficken? Wollt ihr was vom her? Was ihr könnt, kann ich verlangen. Klappe jetzt da. Wir haben nur noch keine... keine gelbe Karte. Ich muss erst mal die gelbe Karte suchen. Hallo? Ach, hier. Okay. Oh. Och nein, das war doch... Oh, hier ist kein Rotter hier. Oh, hier ist kein Rotter hier. Oh, oh, oh. Oh, hier ist kein Rotter. Habe ich doch schon mal gedacht, dass es lange es jetzt kein wird? Oh, hier ist kein Rotter. Untertitelung. BR 2018 So, man. Das war's für heute. Das war's für heute. Das war's für heute. Wow. Das war's für heute. 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 wir sind jetzt wieder hier aufbau von da kommen wir raus aber auch alter legt mich doch Oh, Alter, ich kriege noch eine Macke. Die Waffe, jetzt hingehen, jetzt reingehen, runtergehen, aufladen und schießen. Goddammit, Alter. Ich verstehe es nicht. Ah, ich weiß. Halt, stopp, wo ist der Ausgang? Er wird jetzt auch nichts weiter. Wir müssen den Hüsten nach rechts. Okay. Hä? Oh Mann, fällt jetzt rechts. Okay. 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 Das war's. Was ist das? Das war's für heute. 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 Das war's für heute.